Die Nevi muss Alpha Centaurus zurückerobern. Erst dann können wir uns der Liga-Kommando Zentrale nähern. Jetzt so dicht vor Boreas darf es keine Zweifel geben, bis wir gesiegt haben. Wir müssen sogar Korruption dulden. Alle Angriffstruppen sind auf dem Weg nach Boreas. Die Liga erwartet, dass wir einen Angriff auf ihre Kommando Zentrale planen. Geheimdienstberichte zeigen eine erhebliche feindliche Truppenstärke in der Gegend unserer geplanten Ankunft. Nehmen Sie am Angriff teil und stellen Sie die Sicherheit der Angriffsspitze sicher. Konzentrieren Sie sich zuerst auf die feindlichen Jagdmaschinen, bevor Sie sich um andere Ligerschiffe kümmern. Konzentrieren Sie sich zuerst auf die feindlichen Jagdmaschinen, bevor Sie sich um andere Ligerschiffe kümmern. In Ihrem Gebiet gibt es unidentifizierte Signale. Konzentrieren Sie sich um andere Lig sekund und kümmern Sie sich um andere Ligersch 친구 bes欢ן. Die Schienenきinigung ditch zuerst annehmen. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Wir sind hergekommen, um all das zu zerstören. Hoffentlich hat Ihnen die Abwehr einen Eindruck von dem gegeben, was uns noch erwartet.